Guck mal, guck mal, man kann die kleinsten Schriften lesen. Ganz genau, das ist jetzt hier, liebe Zuschauer, ganz hervorragend gemacht. HD-Auflösung, hören wir gerade. Sie sehen, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und das könnte theoretisch auch so ein kleiner Clip sein, den wir für Sie aufgenommen haben, weil 4K einfach hier das Wahnsinnigste an Qualität ist, was wir Ihnen hier bieten dürfen. NX45, 14 und die 569, Ihre Bestellnummer. Sehr, sehr schönes Zuschauer-Video übrigens. Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr und auch, falls Sie möchten und sagen, Mensch, ich habe da auch was von Ihnen oder vielleicht bestelle ich mir jetzt auch diesen Camcorder, lassen Sie uns gerne auch Ihre Videos mal zukommen an redaktion.pearl.tv und schreiben Sie bitte dann noch dazu, ob wir diese hier mal in der nächsten Sendung zeigen dürfen. Ich muss an dieser Stelle von einer persönlichen Erfahrung sprechen, denn ich habe mir genau vor einer Woche tatsächlich auch eine Kamera bestellt. Ich besitze ein sehr, sehr, sehr neues Smartphone, das ich so im Alter quasi wie an meiner Hand mit Patex geklebt immer nutze. Aber wenn es in Urlaube geht, wenn es um Familienfeste geht, dann muss man einfach eine spezielle Bildqualität haben. Und die möchte man auch haben, weil das sind so Momente, die werden festgehalten. Hochzeiten, Geburtstage, man weiß ja nicht, ob man und vor allem, ob man nochmal so jung zusammenkommt. Und deshalb doch hier dann einfach adäquat festhalten. 142,41 Euro ist Spitzenpreis und ab 150 Euro liefern wir Versandkosten frei. Da können Sie dann gerne noch weitere Produkte mit in den Warenkorb legen. Wir fassen die ja zusammen und sammeln die über den Tag verteilt. NX-45, 14 und die 569, mein Go haben Sie an dieser Stelle. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als damit jetzt mal tolle Videos zu machen. Von Geburtstagen, von Familienfesten, vielleicht auch von einer Geburt, von einer Taufe zum Beispiel, von Ihrem nächsten Sommerurlaub, der bevorsteht, von Ihrem Campingurlaub, vielleicht auch von Ihrem Skiurlaub und Co. Da muss man definitiv zugreifen. Wir haben aber jetzt für Sie passend auch noch eine kleine Micro-SD-Karte mit 64 Gigabyte Speicher dazu. 21,76 Euro, das ist ja der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Und du hast den Punkt Versandkosten angesprochen, Vivian. Sie holen sich jetzt Ihre Kamera und am besten auch gleich den passenden Speicherstick dazu und schon sparen Sie sich die Versandkosten. So, wir haben hier natürlich unsere Videokarte.